Ich meine, wir sehen auch in dem Report, dass die Meeting-Book-Rate bei über tatsächlich 68% der Outbound-E-Mails, die analysiert wurden, von den 30 Unternehmen, war. Wie kann es jetzt sein, dass irgendwie dann 9% das Ganze nochmal geringer ist, nur weil ich jetzt ein Gift irgendwie habe? Es scheint ein guter Weg zu sein, um Meetings zu generieren mit dem ICP. Aber ist die Demo, die aus dem Gift kommt, auch besser als eine, die ohne kommt? Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Revenue-Marketing-Real-Talk-Podcasts. Mattes und ich sprechen heute über das Thema Gifting und zwar anhand des neuen Hockey-Stack-Lab-Reports, The State of Gifting. Die haben mega spannende Insights gefunden und werden uns das Ganze mal in verschiedenen Szenarien anschauen, nämlich auf der einen Seite, wie ist der Impact in Bezug auf Outbound, wie ist der Impact in Bezug auf Inbound-Leads und Deals und dann auch Open-Deals. Ich glaube, da werden sich einige spannende Insights finden, die tatsächlich ich so vorher überhaupt nicht gewusst hatte. Aber Matze, erstmal direkt die Frage, ist Gifting, also quasi, wenn ich dir eine 100-Dollar-Amazon-Gift-Card schenke, um irgendwie einen Demo-Call beizustehen, ist das eigentlich Bestechung? Ja, finde ich schon, ehrlich gesagt. Ich bin auch sehr gespannt, wenn wir gleich in den Report eintauchen. An der Stelle auch tatsächlich eine Leseempfehlung an euch da draußen, einfach mal Hockey-Stack-Lab generell ein bisschen durchzubrowsen. Da gibt es immer viele coole Insights, auch datengetrieben, nicht immer perfekt aufbereitet, aber schon so, dass man auf jeden Fall neue Ideen auch fürs eigene Marketing irgendwie mitnehmen kann. Und vor allem, also machen wir natürlich auch für unsere Kunden, wo wir das dann herziehen. Und in dem Fall geht es eben um Gifting, also irgendeinen tatsächlichen Wert daran zu heften, meistens ans erste Meeting. Also zu sagen, hey, vielleicht kennst du uns, vielleicht willst du noch nicht mit uns sprechen oder hast dich von dir aus noch nicht gemeldet. Hilft da vielleicht der 100-Euro-Amazon-Gutschein? Oder ich glaube, es geht auch so weit, dass Companies teilweise Airports da dranhängen. Es hängt sicherlich von der Deal-Size ab, was da Sinn macht. Airports oder Airports? Airports. Airports, das wäre nochmal anders. Aber ja, also da gibt es, glaube ich, eine ganze Range von Möglichkeiten, die man da hat natürlich. Und heute soll es aber mal wirklich um das generelle Konstrukt gehen. Macht das Sinn? Und wenn ja, in welcher Form? Du hast jetzt meine Meinung schon gehört. Meine ganz subjektive, auch nicht datengetriebene Meinung ist einfach, ich habe das Gefühl, für mich persönlich wäre es sehr wenig effektiv, so ein Messaging zu erhalten. Und ich hätte auch das Gefühl, da kommen wir später sicherlich auch nochmal auf die Unterschiede, Amerika, deutscher Markt etc. zu sprechen, aber dass es hier vielen deutschen oder im Dach lebenden Menschen ähnlich gehen würde. Ja, lass uns vielleicht mal kurz die Methodology nochmal erklären, also auf welcher Basis die Daten auch entstanden sind. Wir haben hier eine Sample-Size von 30 B2B-SaaS-Companies. Und die Daten wurden erhoben vom 1. April 2023 bis 30. Mai 2024. Es geht um SaaS-Companies zwischen 25 Millionen bis 250 Millionen EAA, also definitiv im Scale-Up bzw. Grown-Up-Bereich. Der Average ACV von den Companies liegt zwischen 18.000 bis 140.000. Und wie du schon richtig gesagt hast, tatsächlich werden hier primär eben nordamerikanische Companies angeschaut, also 90% und nur 10% UK. Das heißt, die ganzen Daten aus Europa und wie jetzt vielleicht hier auch sich das Ganze unterscheidet, sind hier nicht mit dabei. Deswegen werden wir uns hier einmal auf quasi die Daten der USA primär einfach oder Nordamerika fokussieren. Und sicherlich spannend, wer dann auch mal inwieweit sich das Ganze in Europa unterscheidet. Vielleicht gibt es da auch nochmal einen weiteren Report oder wir müssen es selber testen. Mal gucken. Aber genau, was fandest du denn so spannend im Outbound-Bereich? Ja genau, so im Outbound scheint, und das war auch etwas, was ich gar nicht wusste, scheint es eine Common Practice zu sein. In Amerika dann vielleicht. Ich weiß nicht, ich kriege auch viele Outbound-Nachrichten. Die, die ich lese, dort sind wenig Gifts dabei, ehrlicherweise. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier vielleicht auch ein Legal-Thema damit gäbe, tatsächlich. Für große Unternehmen sicherlich. Es ist nicht unbedingt ein Legal-Thema, aber ein Steuer-Thema. Du kannst nämlich nur bis zu einem bestimmten Betrag, ich glaube direkt irgendwo zwischen 30 und 40 Euro, den kannst du steuerlich absetzen mit einem Geschenk an den potenziellen Kunden oder Kunden. Wenn es dann darüber hinaus ist, kannst du es nicht mehr steuerlich absetzbar gestalten. Ja, wobei, dann ist es halt einfach eine Marketing-Sales-Expense, wie Ads-Band auch, I guess. Also wäre schon okay. Gibt aber keinen, also du bist informiert, gibt kein Legal-Thema, wenn ich jetzt das annehme. Ja, du musst halt noch Steuern on top zahlen, deswegen wird es dann nochmal teurer. Aber ich meine, am Ende des Tages geht es ja nicht wirklich darauf, wie viel jetzt das Gift kostet. Weil ich meine, wir alle wissen, wenn du den Deal dadurch gewinnst, ist es ein viel höherer Wert. Ja. Sondern vielleicht eher schon so eine kulturelle Thematik dann am Ende des Tages. Ja, voll. Genau, der erste Teil des Reports geht eben um Outbound und Gifting. Und wo es hier drauf eingegangen wird, ist, dass in einem ganz großen, also tatsächlich 68 Prozent der Outbound-E-Mails, die analysiert wurden, von den 30 Unternehmen, war ein Offhand-Gift irgendwie ein Teil davon. Was ja eine riesen Menge ist. Also es ist ja über zwei Drittel der E-Mails, die dann quasi rausgeschickt werden von diesen Unternehmen, nutzen Gifts. Und jetzt muss man aber, glaube ich, noch dazu sagen, auch zu den Daten. Alle diese 30 Companies sind, glaube ich, auch zufällig oder auch unzufällig eine Schnittmenge von Unternehmen, die sowohl bei HockeyStack Kunden sind. Das erlaubt, HockeyStack diesen Report zu machen, eben diese ganzen Daten zu haben und anonymisiert zu analysieren. Und eben aber auch von Sendoso. Und alles, was die ja machen, ist quasi, die erleichtern dir das Management als Tool von so Gifting-Aktionen. Das heißt, das wird sicherlich nicht bei allen Companies so aussehen, dass in 68 Prozent der Fällen Gifts mitbehaftet sind. Aber klar, die, die eine Software dafür nutzen, die werden das, und das zeigt sich hier, primär eben im Outbound einsetzen, mehr als im Inbound. Oder bei Open Deals eben schon, also sobald das erste Meeting dann schon stattgefunden hat, wäre die Definition davon. Und damit ist die Samplesize natürlich zumindest sehr, sehr groß. Und eins der ersten Findings ist hier, E-Mails mit Gifts, also wo ein Gift dran geheftet ist, eine 1,84, also 180 Prozent höhere Winrate haben tatsächlich, also Closed One Deal. Und da würde mich schon mal eine spannende Frage, und da würde mich auch dein Take zu interessieren. Meinst du, das liegt daran, weil das Gift wirklich den Impact hatte? Oder meinst du, das liegt daran, weil der Seller sagt, das ist ein heißer Deal, wenn ich da jetzt auch noch ein Gift zuschiebe, wenn ich da jetzt auch noch alle Mittel, die ich quasi zur Verfügung habe, mobilisiere, dann nehme ich die, wenn es vielleicht am Ende zwei Prozent gefühlt sind oder fünf Prozent gefühlt sind, höhere Closing-Wahrscheinlichkeit noch mit. Und so gibt es auch eine natürliche Verteilung von Gifts auf den Deals, die sowieso closen. Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr, sehr relevant. Ich meine, wir sehen auch in dem Report, dass die Meeting-Book-Rate bei über dreimal höher ist mit Gifts als ohne von Outbound E-Mails, was natürlich absolut verrückt ist. Du musst eigentlich nur ein Drittel der E-Mails schicken mit Gifts, als wenn du es ohne Gifts schickst, um den gleichen Outcome zu erzielen, was natürlich mega Effizienzgewinn auch am Ende des Tages ist. Aber gleichzeitig natürlich, wenn ich als SDR oder als BIA auch weiß, hey, so wenn ich jetzt viele Gifts nutze, muss da schon auch ein Return stattfinden. Und vielleicht habe ich auch als Seller nur eine bestimmte Anzahl an Gifts zur Verfügung pro Monat von meiner Company aus, kann ja auch sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass nicht jede Company sagt, ja, du hast unlimitiert irgendwie Gifts für deine Outreach E-Mails. Und natürlich mache ich mir dann als Seller Gedanken, wo ich jetzt ein Gift noch platziere und wo nicht, weil ich will ja schon dann da auch den Gift platzieren, wie du schon sagst, wo der Lead irgendwie scheinbar qualifizierter ist, wo die Intentsignale, die ich irgendwie bekomme durch meinen CRM oder meine Tools nochmal größer sind, um halt die Erfolgschancen nochmal zu maximieren. Ist 100 Prozent so. Ich glaube, es ist schwierig, nochmal eine komplett neutrale Auswertung zu machen, ohne quasi zu wissen, ob jetzt ein Seller speziell ein Gift dafür ausgewählt hat oder nicht. Ich glaube, das ist unrealistisch. Ja, und was der Report eben auch sagt, und das ist sehr interessant, ist die MQL zu SQL Conversion Rate. MQL heißt Demo Booked quasi und SQL ist dann wirklich auch Meeting Held und quasi Sales Opportunity gelockt, ist 9 Prozent niedriger mit Gifts, was ja eigentlich die Hypothese, und ich glaube, das ist bei allen so das Erste, woran man denkt, im Kopf ist, kriege ich dann vielleicht viele erste Meetings, aber schlechte Conversion Rate im Funnel. Ja, wobei du jetzt bei Inbound bist, ne? Das ist Teil von Inbound. True. Aber natürlich genauso relevant hier auch. Also ist halt die Frage, ne? Wie kann es jetzt sein, dass irgendwie dann 9 Prozent das Ganze nochmal geringer ist, nur weil ich jetzt ein Gift irgendwie habe? Aber wahrscheinlich, weil mehr Leute sich initial das irgendwie anschauen als ohne Gift, weil sie halt sagen, okay, Gift ist schon geil, nehme ich mit, aber eigentlich habe ich kein Interesse und dann halt die Conversion Rate dadurch erst mal sinkt. Ja, ja, klar. Gleichzeitig aber auch, und das ist natürlich auch spannend, die Conversion Rate von MQL zu SQL ist da 9 Prozent geringer, geringer, aber der Average Deal Size ist 13 Prozent höher und die Deals closen auch nochmal 29 Prozent schneller. Das heißt, wenn jetzt eine Person ist, die ohnehin Interesse hat für das Tool und dann halt auch noch einen Gift kriegt, ich glaube, dann ist es schon sehr, sehr stark, weil die Leute fühlen sich natürlich extrem geschmeichelt, vor allem wenn es Leute sind, die generell gerne Geschenke empfangen. Es gibt ja auch, das ist jetzt witzig, komplettes Off-Topic, aber es gibt ja quasi die fünf Sprachen der Liebe auch. Und wenn du jetzt zufällig eine Person triffst, wo Geschenke eine Sprache der Liebe ist, das weißt du natürlich nicht vorher, dann hast du natürlich einen Mega-Impact, weil die feiern halt generell Geschenke dann nochmal viel mehr. Und das ist natürlich jetzt komplett out-of-Business-Kontext bezogen, aber hat natürlich hier einen totalen Impact. Weil wenn ich jetzt einen Gift anbiete, einer Person, der Geschenke komplett scheißegal ist, so, die das vielleicht sogar eher negativ feiert, dann habe ich da vielleicht auch nicht so den positiven Impact, wohingegen bei einer Person, die das extrem positiv sieht, schon eher einen sehr positiven Effekt, dann auch durch Geschenke. Ja, ich denke, hier ist auch wichtig zu verstehen, wie sich ein Geschenk oder wie man ein Geschenk auch wahrnimmt, verändert in Bezug auf welche Beziehung man zu der Person hat. Gerade jetzt im Outbound oder wenn du ein Unternehmen einfach wirklich noch nicht gut kennst, dann ist es ja was komplett anderes. Es ist ja auch so, wenn ich die Straße runterlaufe und dort ist irgendeine Werbeveranstaltung, die wollen mir irgendwas schenken, bin ich für mich eigentlich immer sehr so, ich brauche das eigentlich nicht, ich will das eigentlich nicht. Während, wenn mir jetzt irgendwie eine gute Freundin irgendwie ein Geschenk macht, noch so klein, freue ich mich extrem drüber. Weil ich mir denke, wow, cool, da hat jemand irgendwie an mich gedacht und es kommt irgendwie von Herzen. Und ich weiß aber auf der anderen Seite, da ist ein Commercial Intent hinter. Und das liegt jetzt nicht daran, weil die Person mich irgendwie in ihrem Herzen trägt, sondern was sie im Herzen trägt, ist eben genau das, eine Conversion Rate. Aber jetzt mal eine Frage, wenn du durch die Stadt läufst, hier Hamburger Innenstadt zum Beispiel, und keine Ahnung, da ist so ein kleiner Red Bull-Stand und die geben da irgendwie Free Red Bulls gerade raus oder irgendein neues Vitaminwasser, was es gerade auf dem Markt gibt. Nimmst du das dann nicht an, nur weil da ein Commercial Intent dahinter ist? Oder denkst du dir teilweise schon, boah, geil, jetzt ein kaltes Red Bull? Also wenn ich Bock auf ein kaltes Red Bull habe, dann nehme ich das auch. Safe, würde ich schon sagen. Und dann macht es sicherlich auch, also dann ist die Wahrscheinlichkeit sicherlich höher, dass ich das nächste Mal auch zu einem Red Bull greife und nicht zu einer anderen Brand oder zu einer Cola oder was auch immer so Alternativen dann sind. Da gebe ich dir schon recht. Vielleicht, aber es ist ja schon nochmal auch, das ist sehr aus dem Affekt hinaus. Und vielleicht ist das auch ein ähnlicher Affekt für mich interessieren, was du dazu denkst, bei Software-Demos, dass du aus dem Affekt heraus sagst, okay, jetzt schau ich mir das einfach mal an. Und dann im besten Fall merkst, okay, das ist eigentlich doch voll interessant oder eigentlich war es immer für dich interessant, aber du hast es nie auf die Prioritätsliste gepackt. Oder, oder, oder. Was da für Mechanismen dann psychologisch im Spiel sind. Weil im Endeffekt... Ist ja wie bei dem Red Bull. Also wenn du es vielleicht ewig nicht getrunken hast, auf einmal trinkst du dir und denkst, boah, eigentlich schon geil. So, ich bin übel fit. Oder, boah, schmeckt irgendwie doch besser, als ich damals dachte. Oder vielleicht ein neues Vitaminwasser. Boah, krass, ich wusste gar nicht, dass Vitaminwasser so gut schmecken können. Dann greifst du schon eher dann nochmal danach zurück. Gleichzeitig vielleicht bei einem Tool, wo du dir dachtest, ja, eigentlich ist das Tool jetzt irgendwie, weiß ich nicht, brauche ich vielleicht nicht. Dann bist du in diesem Demo-Call und auf einmal fällt dir auf, boah, krass, die Use Cases sind doch viel besser, als ich dachte. Vielleicht sollte ich es mir doch nochmal genauer anschauen. Und die Möglichkeit eröffnest du da halt, denke ich. Aber hast du auch diesen... Ich finde, beim Red Bull-Beispiel hast du halt auch immer das Need, der bei den meisten Menschen halt immer wiederkehrend ist. Du hast immer mal wieder, gerade an heißen Sommertagen, Bock auf ein kaltes Getränk haben irgendwie. Das ist so. Jeder hat das. Aber hast du es auch bei Software, wo du irgendwie sagst, ich habe, oh ja, ich brauche jetzt ein ERP-System, weißt du? Es ist so, der Need ist halt viel, viel konkreter und viel, viel auch gebundener auch an mehrere Leute und so weiter. Das Groß-Buying-Center sind irgendwie voll viele Leute davon betroffen. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Und deswegen wundert es mich auch, dass die Conversion-Rate da anscheinend gar nicht so schlecht ist, weil für mich das eher vermuten lassen würde, dass dort mehr Leute im Gespräch sind, die so einen halben Lead maximal haben oder eben auch gar keinen. Ja, ich glaube halt, dass wenn du mal dir eine Demo anschaust, gehst du damit ja auch den Start einer menschlichen Beziehung ein sozusagen. Weil davor ist es einfach nur eine Company und auf einmal sitzt du in einem Call und lernst die Leute, die Menschen hinter der Company kennen. Und wenn das halt eine coole Person ist, mit der du irgendwie einen gewissen Sympathiefaktor auch hast, dann würdest du eher nochmal mit der Brand wahrscheinlich reden, als mit einer, wo du noch nie einen Touchpoint hattest mit einem anderen Menschen. Und quasi dadurch quasi den Gedanke zu haben, hey, wir wollen einfach nur einen Sales-Moment oder einen Beziehungsaufbau starten, dann denke ich, ist das schon eine große Opportunity, auch da einfach zu sagen, hey, wir wissen zwar, die meisten Leute haben jetzt nicht den mega großen Intent, aber wenn wir halt unser absoluter ICP, wenn wir den in einem Call haben, dann ist das schon ein Wert, weil wir es schaffen, dadurch eine richtige Beziehung zu starten und aufzubauen. Ja, und das merken wir auch selber. Und das sind dann Sachen, die kommen teilweise auch mit längeren Sales-Zeiten dann. Also vielleicht passt es dann in dem Moment, aber vielleicht ist es dann auch, über die Marginal-Generation sprechen, ist ja im Endeffekt auch kein Thema, was jetzt funktional nur Marketing betrifft, sondern jede Konversation, die du auf einer Konferenz hast zum Beispiel, das Sales-Team auf einer Konferenz hat, führt dir auch dazu bei, die Zielgruppe zu educaten, dass es dich gibt, was du machst und so weiter und so fort. Und ich denke, das trägt dann auch langfristig dazu bei, dass solche Leute dann das auf dem Schirm haben. Und entweder in der gleichen Company oder vielleicht auch, wenn sie nächstes Jahr in eine andere Company wechseln, sagen, okay, jetzt passt es. Und ich hatte schon mal das Gespräch mit diesem einen Menschen. Und wenn der noch da ist bei dem Unternehmen, dann kann ich das Gespräch auch wieder aufnehmen. Ja, 100 Prozent. Also du hast einfach schon eine Beziehung, die dann am Ende auch da ist. Eine spannende Statistik, die ich nochmal hier einbringen wollte, ist auch bei dem Inbound-Thema, dass der Cost per MQL ist mit Gifting quasi fast nur halb so hoch. Also 43 Prozent geringer, als wenn du kein Gifting in die Ad mit einbaust sozusagen. Ich würde fast sagen, ich würde fast sagen, das ist relativ obvious, weil du natürlich auch zusätzlich die Leute kriegst, die eigentlich kein Interesse haben, aber halt sich das, den Amazon Voucher oder was auch immer, abstauben wollen. Und ich glaube, was halt da extrem wichtig ist, jetzt kommen wir auch schon direkt in die, wie kannst du es eigentlich dann, wenn du es überhaupt nutzt, am besten umsetzen, dass du halt vom Targeting das nicht irgendwie broad einstellst, sondern ganz genau weißt, wem bietest du das jetzt auch an und wem nicht. Also dass du wirklich ausschließlich Perfect-Fit-ICPs dann auch in den Calls hast. Also dass nicht auf einmal irgendjemand, der eigentlich niemals dein Käufer sein könnte, in einem Call hast, weil die natürlich machen das dann oftmals schon, einfach nur wegen dem Gift, genauso wie dein Perfect-Fit-ICP. Aber bei deinem Perfect-Fit-ICP hast du zumindest mal die Chance, hier diese Beziehung aufzubauen, für einen zukünftigen Moment, wenn das wirklich auch relevant ist. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass du gerade die Gifts vor allem halt ganz gezielt dafür nutzt, dein Perfect-Fit-ICP in den Call zu kriegen. True, ja, würde ich dir absolut zustimmen. Im besten Fall hast du ja auch von der Sales-Story etc. alles soweit und auch vom ICP-Verständnis alles soweit, dass die vielleicht auf Legacy-Tools noch arbeiten und es in der perfekten Welt, wenn es nicht irgendwelche politisch-internen Blocker gibt oder so, dass es auch immer die bessere Lösung wäre, mit deinem Produkt nach vorne zu gehen. Die Frage ist halt, oder die da aufkommt ist, es scheint ein guter Weg zu sein, um Meetings zu generieren mit dem ICP, wenn man in lack of ist, also wenn man wirklich denkt, ich hätte meinen Kalender lieber doppelt so gefüllt mit Demos, aber ist die Demo, die aus dem Gift kommt, auch besser als eine, die ohne kommt? Was denkst du dazu? Also tatsächlich, sagt der Report ja auch, bei den Open Deals ist quasi die Wahrscheinlichkeit, dass ein zweiter Call entsteht, nach dem ersten, über sechsmal höher. Und das ist wirklich eine krasse Zahl. Das heißt, du hast eine sechsmal höhere Wahrscheinlichkeit, einen zweiten Call bei einem offenen Deal zu haben, wenn du quasi nach dem ersten Call direkt ein Gift rausschickst, als wenn du es nicht tust. Wobei derjenige dann ja nicht wusste, dass er ein Gift kriegt oder in dem Fall. Das ist halt die Frage. Genau, es geht also in den Follow-up, also es kommt ja auch darauf an, natürlich kann es sein, dass du direkt immer einen zweiten Call buchst, aber dann hast du ja auch eine Showrate oder jemand sagt dir dann nochmal ab, etc. Wie das dann konkret in dem einzelnen Case aussieht, wissen wir nicht. Oder es kann sein, dass noch kein zweiter Call gebucht worden ist. Wenn man aber einen Gift dann bekommt, schon sagt, hey, okay, ich gehe jetzt doch nochmal weiter in den zweiten Call rein. Die Gründe sind hier natürlich nicht gegeben, aber das ist schon eine extrem krasse Statistik, finde ich. Also gerade, und das ist für mich wahrscheinlich auch einer der größten Takeaways, dass wenn du halt wirklich in einem, wenn du eine Person hast, die nicht durch ein Gift in den Prozess reingekommen ist, sondern einfach so in dem Prozess ist schon, einen offenen Deal hat und offensichtlich mit dir in den weiteren Sales-Prozess gehen möchte, dann, wenn das klar ist, du einen Gift einschiebst, dass du dann halt eine wesentlich höhere Chance hast auf weitere Meetings in dem Sales-Prozess und natürlich auch dann wahrscheinlich einen schnelleren Sales-Cycle. Ja, du gibst was, du kriegst was zurück, so ein bisschen. Wobei sie keine Daten hier zur Verfügung gestellt haben, wie es dann tatsächlich auch weitergeht, oder? Nach dem zweiten Call. Also was da gegeben ist, ist, dass die Deal-Sizes durchschnittlich mit Gift 16% höher sind und der Sales-Cycle 28% kürzer. Das ist schon relevant, würde ich sagen. Ja, aber Closing-Rate haben sie nicht drin. Nee, aber ich meine, die Win-Rate quasi in deinen verschiedenen Stages ist ja zunehmend höher zu Close-One. Logischerweise. Deswegen kann man schon davon ausgehen, dass generell die Closing-Rate da auch höher ist. Ja, erspannt. Sehr, sehr gut. Genau, lass uns doch mal kurz aufs Immer-Thema, wie setzt du das eigentlich dann auf? Also in Kampagnen. Wir sehen, glaube ich, im Dachraum sehr wenig. Also ich kriege eigentlich nie eine Ad, wo irgendwie so ein Voucher dran ist. Ich habe das nie gesehen. Das ist ein komplettes Thema. Ich glaube, wir sollten das mal probieren. Ja, wir sollten das mal probieren. Ja. Müssen wir mal machen und dann nochmal reporten, was das eigentlich wirklich gebracht hat. Weil ich glaube, wir haben auch ein relativ gutes Verständnis und so, wie unser CRM auch aufgesetzt ist, etc., wo wir auch einen sehr guten Report dafür raushauen könnten, was davon gesucht wurde und was jetzt nicht. Im Endeffekt, aber was, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, ist eben, nur um Retargeting da auch mit reinzugehen. Du hast gesagt, jetzt nicht breites Targeting, sondern schon ICP. Solltest du in den Kampagnen immer haben, also immer, wenn du Pay drauf haust, solltest du dir kristallklar sein, wen du damit targetierst und dann aber schauen, dass du verschiedene Touchpoints auch schon in den, durch Pay, aber auch durch Organe, etc. erzielt hast, wirklich nur die Leute zu kriegen, die vielleicht auch sonst gar nicht zu dir kommen. Also sollte es Gifting meiner Meinung nach wäre der beste Ansatz, das so zu starten, dass du die Leute, die so ein bisschen oft an der Schwelle sind, vielleicht, da nochmal den Schubs ergibst. Das machst du am besten im Retargeting und weniger vorne breit raus, wo du vielleicht ja auch Leute ohne ein Gifting auch schon in deine Demo kriegst. Ja, 100%. Und dann halt aber auch bei deinem Opportunity Retargeting. Ja, sicherlich. Ich glaube, da kann es auch ein sehr, sehr spannender Hebel sein, wie wir gerade auch gemerkt haben, für die Deals, die wirklich gerade schon Opportunities sind, sehr, sehr weit im Prozess sind, da nochmal ein Gift irgendwie reinzuschieben. Und das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, wenn ich schon eine Beziehung habe mit einer Person, kommt ein Gift ja ganz anders an, als wenn ich noch gar keine Beziehung habe mit einer Person. Hast du ja auch vorhin gesagt, also wenn jetzt ein Freund oder eine Freundin dir was schenkt und ähnlich ist es ja auch, überleg mal, du hast jetzt irgendwie fünf Calls gehabt mit dem Tool, wo du gerade überlegst, es zu kaufen und dann kriegst du ein richtig nice Gift nochmal zwischen, mit dem du nicht gerechnet hast. Ja, voll, wobei der beste Ansatz hier wahrscheinlich dann auch ist, diese menschliche Beziehung zu nutzen, weil ich habe ja nicht den Call mit dem Tool, sondern mit irgendwie Benjamin zum Beispiel. Wenn Benjamin mir dann per Privatnachricht nochmal ein Gift zuschickt, sicherlich nochmal effektiver ist, als wenn ich eine Ad sehe, wo dann steht, hey, übrigens hier ein Gift. Weil du hast dann am Ende einfach eine andere Verbindung nochmal zu der Person. Ja. Ja, sehr spannendes Thema, so Offer-Creation generell. Ich habe das Gefühl, viele sagen, Unternehmen tun sich so schwer, weil du nicht, also erstmal hast du so langen Sales-Prozess, hast du verschiedene Stakeholder und dann willst du ja im besten Fall schon auch etwas haben, was zu deinem Produkt führt. Ich sehe zum Beispiel, was ich ganz oft sehe, ist so dieses, diese Sustainability-Angela noch mit reinbringen und zu sagen, hey, wir pflanzen irgendwie einen Baum für jeden Free-Trial oder so. Ist auch cool, aber ich wundere mich immer, ohne dass ich Daten habe, aber ich wundere mich immer für mich selbst einfach, wird es wirklich die Conversion-Rage steigern, weil am Ende, ob ich jetzt dieses Tool dann tatsächlich aus dem Free-Trial heraus konvertiere und bezahle, fortlaufend, hat nichts damit zu tun, ob da jetzt ein Baum gepflanzt wird oder nicht. Dann kann ich ja auch für das gleiche Geld wahrscheinlich die zehnfache Menge an Bäumen einfach pflanzen lassen über eine Organisation oder den Amazon-Gutschein, den kann ich mir selber auch holen. Da brauche ich jetzt nicht 3.000 Euro im Monat für ein Tool für ausgeben und da habe ich dann immer so ein bisschen diese Schwierigkeit, weil ich halt niemals auf die Idee kommen würde, deswegen zu kaufen. Ich sehe diesen Connection-Moment und dass, wenn ich erstmal mit jemandem connected bin, ich auch wesentlich wahrscheinlicher bin, dann auch weiter mit dem zu sprechen und dann darüber auch verstehe, okay, vielleicht ist das doch relevant und sind wir mal ehrlich, am Ende wird die Software wahrscheinlich dann doch viel emotionaler eingekauft, als wir alle denken und das ist eben nicht diese superrationale, hyperrationale Entscheidung, welches Tool es dann wird oder ob das Tool überhaupt gebraucht wird, sondern teilweise wird auch einfach irgendwas durchgepusht, was vielleicht so meh ist oder so nice to have und dennoch ist einfach auch so oft dieser sehr, sehr starke Bruch zwischen Produkt und worüber reden wir hier eigentlich gerade, Recruiting oder Hosting oder was auch immer und ich kriege halt irgendwie was Abstraktes im Gegenzug und da habe ich immer noch ein Problem mit, das so richtig für mich zu verstehen. Ich glaube, was ich aus dem Ganzen mitnehme ist, dass während man denken mag, relativ schnell, dass diese Giftcards zu kurzfristigen Resultaten führen könnten, ist es eher auch schon was Langfristiges, weil das, was ich ja mache, ist nicht, dass ich jetzt mehr qualifizierte Leads bekomme, weil die sind nicht qualifizierter, nur weil du jetzt eine Giftcard, sondern eher unqualifizierter tatsächlich, aber die Opportunity, die ich halt habe, ist, dass ich mit mehr meinem perfekten ICPs ins Gespräch komme und das ist immer wertvoll. Also selbst, wenn daraus keine Opportunity entsteht, habe ich Infos, die ich rausziehe, qualitative Insights, was meine Kunden gerade beschäftigen, auch wenn sie nicht kaufbereit sind, die ich dann auch wieder ins Marketing einfließen lassen kann, etc. Und wir alle wissen, wie wertvoll Gespräche mit unserem perfekten ICPs sind und das habe ich halt dadurch schon wesentlich mehr, weil Leute wegen der Giftcard dann auch kommen. Da muss ich halt nur sicherstellen, dass die Giftcards halt speziell meinem ICP auch angeboten werden. Und wenn ich dann die Gespräche habe, dadurch habe ich natürlich auch direkt den Sales-Moment, den ich nutzen kann, um einmal komplett eine Stunde lang oder wie lange auch immer die Demo geht, halbe Stunde, einmal komplett meine Product-Klaviatur zu pitchen, was natürlich auch wertvoll ist, weil die Person dir deine uneingeschränkte Aufmerksamkeit im besten Fall gibt für eine halbe Stunde bis Stunde und du einmal komplett pitchen kannst und dadurch auch eine Beziehung aufbauen kannst, etc. Also ich glaube, da sind die Benefits auf jeden Fall da, am Ende muss es jedes Unternehmen wahrscheinlich mal testen oder für sich selber entscheiden, ob man das machen möchte oder nicht, ist ja auch so ein bisschen eine philosophische Frage. Aber ich sehe da auf jeden Fall die Vorteile, die daraus entstehen können. Und es ist natürlich auch, wenn du einfach zu wenig Demos hast für die Seller, dann ist es natürlich ein weiterer Weg. Dann hast du wahrscheinlich lieber mehr Demos, wo ein paar ein bisschen weniger qualifiziert sind, aber wo auch Deals daraus entstehen können und es empowert ja auch die richtig guten Seller. Ich denke mir so, bei Clay gerade, mega im Hype, da bist du wahrscheinlich eher Order-Taker als Seller, weil da kommst du einfach, die Leute haben wahrscheinlich mega Bock, da ist super viel Hype drauf, alle wollen das probieren, so. Da kommst du halt, okay, was für ein Paket brauchst du? Aha, okay, XY, go for it, kauf das Ding, easy. während du halt bei bei anderen Unternehmen sicherlich da tatsächlich nochmal einen viel, viel fundierteren Job machen musst und viel, viel tiefer eintauchst. Ich meine, man sieht es ja auch oftmals, wenn irgendwelche, wenn Studien entstehen und Leute Personen suchen, die mitmachen, die ihre Inputs geben, werden oftmals auch da dann als Dankeschön Giftcards im Nachgang rausgegeben für Informationen und so kann man es ja auch mit einer anderen Perspektive sehen. Ja, stimmt. Ich quasi, ich gebe eine Giftcard als Angebot dadurch, dass ich Informationen in Form eines Gespräches mit dir bekomme, sozusagen. Ja. Und das ist ja schon auch ein Wert an sich. Definitiv, ja. Angenommen, es ist wirklich der Perfect Fit ICP, deswegen auch da nochmal absolute Betonung. Ich glaube, das ist wirklich das Essentiellste darin, wenn ich natürlich dann Personen im Gespräch habe, mit denen ich nichts anfangen kann, die einfach überhaupt nicht mein ICP sind, auch kein Entscheider, auch nicht mal das Produkt nutzen, dann macht es natürlich keinen Sinn, dann ist es absolute Waste of Time und Money. Und auch ICP kennen insofern, ob die da empfänglich für sind. Ich kann mir vorstellen, dass es einige, vielleicht auch konservativere Industrien gibt oder sagen wir mal den Finance Banking Bereich, wo sowas noch kritischer betrachtet wird und du potenziell auch Brandschaden dadurch erleidest, weil die Leute sich denken, wie unseriös ist das bitte? Während das andere, wenn ich jetzt im Softwarebereich gucke, wird das wahrscheinlich sehr stark als einfach witziges, vielleicht sogar innovatives Go-To-Market-Play verstanden dann auch und dementsprechend auch begutachtet, ohne dass man jetzt irgendwie da ein Judgment drin ist. Ich glaube, das ist halt sehr industrieabhängig auch und auch ICP-abhängig. Da sollte man sich halt sehr, sehr gut drüber im Klaren sein. Finde ich ein mega Schlusswort. Ich glaube, wir sollten das Ganze mal probieren. Sollten wir das tatsächlich umsetzen, dann werden wir natürlich in einer weiteren Folge mal berichten, wie es bei uns eigentlich so funktioniert hat. Ich bin mega gespannt. Dir da draußen auf jeden Fall danke wie immer fürs Zuhören. Wenn du die Folge spannend fandest und irgendeinen Mehrwert hier aus dem Gifting-Thema mitnehmen konntest, lass gerne eine bis zu 5-Sterne-Bewertung da. Das motiviert uns wirklich jede Woche weiter hier guten Content zu recherchieren und veröffentlichen. Und in dem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.